Hello! Bossaus, hallo! Na? Ich rück dir mal ein Küsschen ab, voll geil. Ja, hi, Jan. Moin, grüßt euch. Schweiz war geil, aber jetzt sind wir hier in Frankfurt bei den EMA. Seid ihr jetzt das erste Mal hier? Ja, wir sind zum ersten Mal hier. Wir sind sehr gespannt. Auf wen freut ihr euch denn besonders? Weil ihr habt ja schon so euren eigenen Musikstil und Musikgeschmack. Eigentlich hatten wir uns am meisten auf Justin Bieber gefreut, aber der ist ja ja nicht da. Wir wollten sozusagen Milch trinken. Ja genau, am meisten auf die After-Show-Party, an die Bar mit ihm. Wir müssen mal wieder Milch probieren, ob er dann Milch spuckt wieder. Aber jetzt ist der nicht da, dann nehme ich die Lana mit. Lana Del Rey? Ja klar, würde ich auch mitnehmen. Würdest du auch mitnehmen? Also entweder Justin Bieber oder Lana Del Rey. Eine kleine Kluft auf jeden Fall. Wir sind immer für eine Überraschung. Habt ihr denn immer so ein paar Vorgaben, die ihr euch selber setzt vor so einem Abend? Oh, heute trinken wir mal nichts. Und heute machen wir das mal so. Sowas nimmt man sich natürlich immer vor, aber es klappt leider irgendwie. Oh nein, schon wieder. Ihr habt ja heute gar nicht so Tanktop-Style an. Heute komplett in die... Ah! Okay! Na dann! Ihr müsst euch da ja kaum Gedanken machen, ne? Einfach Jacke rüber, Tanktop an, fertig ist das. Ja! So kennen wir uns und so sind wir. Ganz authentisch. Dann seid auch auf der After-Show-Party. Viel Erfolg mit Lana Del Rey. Alles klar! Viel Spaß! Bis später! Ahoi! Bis später! Bis später! Ahoi! Bis gleich!